hallo zusammen willkommen zu einer neuen folge seven days to die soll kurz überlegen müssen was wir überhaupt spielen so jetzt eine aufnahmesession ist schon ein bisschen weit her ich bin in der neuen stadt angekommen glaube ich soweit ich weiß was haben wir hier denn exploiting crossbow board schematik explodieren der pfeil wahnsinn exploiting kann bruder oder brauchen einige sachen okay so hier mal zur kiste hier haben wir schon das ganze zeug schrottmäßig ein bisschen reingetan würde ich sagen schauen wir uns mal die stadt an schau ich mir erst mal den zombie da an naja ich bin infiziert muss ich nur dran denken schon wieder tot oder was mit einschlag wahnsinn so was haben wir denn hier auf der karte ok städtchen da unten ist ein schatz da waren wir glaube ich schon hat man nichts nichts gefunden hallo gleich mal geköpft in wer büte da drin jetzt hätte ich gedacht bier honig oder was kann man da reinschauen nein musste mal die tür aufmachen irgendwie oder ich gehe hinten rein ich glaube ich mache mal hier auf ich glaube es wieder ein update oder was weil die so aggressiv sind kann ja mal kurz was ist denn das für ein geschäft essensgeschäft ok naja plündern wir mal warum nicht schauen wir mal was hier alles schönes gibt wir haben jetzt so ein rezept für einen helm bekommen den glaube ich kennen wir schon wir durchsuchen mal wieder schön alles wir durchsuchen mal wieder schön alles pin geschäft müssen wir unbedingt das müssen wir mal gucken ich bin gar nicht am aktuellen stand healing infektion zwei stunden das bringt mein so was haben wir hier denn schönes trash müll kühler hier macht und kühler so 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 mal hier noch eine kasse die schon leer hier immer noch kühler hauptsächlich was zum trinken und bier so wir haben ja mal kisten müssen wir aufschlagen wie immer eine kartoffel ist da oben nichts kann man ein bisschen licht an machen jetzt wird es dunkel Bier, Wasser Ah, da oben ist eine Kiste Sandwiche, da schauen wir gleich rein Für die Tür Auch wieder eine Kartoffel, okay Ich glaube hier vorne sind wir fertig Dann schauen wir hier rein Medizinschrank, vielleicht ist was dabei Sogar für uns Was ich jetzt mal noch abbauen muss, ist das Ding da Ah, es gibt plus Eisen, schade Ah, hier der Wasserhahn Der müsste uns Brass geben Brass oder Lead Mal gucken Scrap Ah, es gibt plus Eisen, schade Hier die Schränke durchsuchen Den Müll Das Closet Medizinschrank Zum Beispiel wieder voll oder wie Potato, Potato Seeds Ah, jetzt kommt die Frage Das Scrap Was nimmt man mit, was hebt man auf Verband sollte man eigentlich mitnehmen Was lassen wir hier, das brauchen wir, das brauchen wir alles Ist egal was, bis auf den Bis auf das Wasser Das ungekochte, das brauchen wir eigentlich nicht Dann tauschen wir das Dann muss ich eigentlich schon wieder zurück Abladen gehen Also Wenn wir schon wieder voll sind Muss ich das Zeug, wir haben ja nicht weit Muss ich das wieder zurückbringen Hier wollten wir uns ja einlisten Ähm Okay Jetzt tun wir mal alles schön da rein Fürchte Bandagen Rest brauchen wir alles Den Bogen brauchen wir nicht Crossbow 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 Die brauchen wir 13 Stück Machen wir mal wieder welche So, dann gehen wir wieder rein Ähm Hier müssen wir rein Ja, das ist Holz Brauchen wir die Axt Und jetzt die Hacke So, Blaubeeren Jawohl So verhungern wir mal nicht die nächste Zeit Diverse Süppchen Mais, jawohl Mais können wir immer gebrauchen zum Anpflanzen So, wo geht's hier noch rein Ach, hier waren wir schon, oder? Ja Dann würde ich sagen, ist das Gebäude erledigt Und dann markiere ich das Wie gehabt Geh looted Hier haben wir noch Müll Ich geh jetzt mal Da hinten ist ein Pünch, da müssen wir jetzt als nächstes hin Aber ich geh vorher nochmal abladen Vorher muss ich unbedingt mal abladen gehen Weg mit dem ganzen Zeug Jawohl, passt Dann gehen wir mal hier hinter Das müsste im Pillen Pop-O-Pills Pillen-Shop Braucht wir Sehr schön Hoffentlich findet man da was Medizin Sind ja wieder infiziert Autos, nichts drin Ich hab jetzt mal wieder Lust zu schießen Aber ich tue erst die Die Pfeile hier Verballern In Zukunft werde ich den Bogen nicht mehr benutzen Sondern bloß mehr die Die Armbrust Weil die besser ist Schon tot, oder was? Der Zuckungen gehabt Keine Ahnung Kartoffelsauern Können wir immer gebrauchen Hallo? Hallo? Ich hätte gehen Pillen Zum Kaufen Pain-Killers hat der dabei Die können wir jetzt mal eine Runde schmeißen Da doch ein bisschen Leben verloren haben So, was ist denn mit diesen hier? Boah Kommt der jetzt raus Kommt der da einfach raus Der hat sich rausgehaut Ich hab mich jetzt fast überrascht Ach So, jetzt haben wir nichts mehr Kommen sie denn heute alle her? Sagen sie Wo kommen sie denn her? So Ja, schön ist Jetzt haben wir schon den Eingang hier So, Pillen Ja, damit Ja, damit Schauen wir jetzt mal die Kassen durch Alle Düschen Die Schaufen Die Schaufen Kühler Alkohol Beinschiene Minikit Minikit Ich schau mal wieder wie man wieder was skillen kann Äh, Scavenging Quality Joe Können wir da was? Ne Scavenging Können wir ausbauen Die Lootwahrscheinlichkeit erhöht Hier haben wir alle vier Eine Tonne Eine Tonne lecken So Alles schön und gut Aber nicht das was ich brauche Alles schön und gut Ich glaube, das wird nichts Das für ein Buch Hunting Knife Das MacGyver Amos Missing Plus 1 Schön und gut Ich glaube, mein Charakter ist ziemlich heiß Jetzt einmal was Anständiges dabei, oder was? Wir gehen leer aus Wir gehen leer aus Wir werden sterben müssen Wir werden sterben Ja Sieht so aus Nichts gefunden Vitamine Alkohol Rezepte Können wir denn was selber machen? Ne Also Nicht das was ich brauche Was wäre jetzt hier noch drin gewesen? Verband Den Verband haben wir doch hier schon So kann man jetzt decken, oder was? Das heißt Wir werden Wir sind im Pillen-Shop Haben die ganzen Pillen-Shop ausgeräubert Und gehen trotzdem leer aus Ich gehe mal zurück zum Abladen Das ist schlecht Sehr schlecht Ich bin jetzt immer mir überlegen, ob wir jetzt hier eine Bettrolle platzieren Bei der wir dann spawnen können Das brauchen wir jetzt scrappen Alles tolle Sachen, aber nichts, was wir im Moment heute Wasser brauchen Können wir mal was trinken Da und wo wir dann eh so warm ist Post Pugelnest Haben wir schon Ja, das müssen wir drin Aha Crossbowbold Kann man denn im Feuer hier Medizin machen Antibiotika Moly Bread Nitratpulver So einfach Blaubier Mashrums Grüße Antenum Also wir bräuchten im Endeffekt Moly Bread Ich glaube ich könnte man haben Und Nitratpulver Moly Bread 1 Nitratpulver bräuchten im Endeffekt Dann könnten wir Antibiotika machen Dann wäre man geheilt Jetzt mal nochmal reinschauen Vielleicht haben wir das Pulver sogar Weißes Pulver Nein, haben wir nicht Schade Also es wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit Um zu überleben Die Quest rechts oben Killbears Alles klar Nichts einfacher als das Danke für das Gespräch Wird ja noch nicht gelootet So Was haben wir hier drin noch nicht Hier Wenn wir weitermachen Hier sind noch Pillen Kaputt Kaputt Schauen wir mal hier rein Das Badezimmer WC Schrank ist noch eine Hoffnung No Was war das? Da die Spritze Die Blutspritzen Zeug Wo man Blut Herstellen kann Da das Schwachsinn Pillen Dinger sind alle leer Hier muss ich rein Ich glaube das in den Pillen Immer aufmachen Alkohol Ja Öl war das Was ist echt wieder für ein Buch Weapons Missing Können wir da rein Schauen Das Rezept Können wir auch schon Was ist das Enforcer Magazin Das können wir noch nicht Ganz Missing Okay Received Unlocked 44 Magnum Können wir jetzt bauen Okay Oh hier haben wir noch Pillen Vielleicht haben wir doch Glück Es ist was dabei Oder auch nicht Also so viele Regale wie der Shop hat Habe ich bei keinem anderen Shop noch gesehen Aber natürlich nicht das Was wir brauchen Okay Hier sind wir fertig Können wir markieren Save Waypoint Blablabla X Fertig So Gehen wir gleich Ein Haus weiter Schauen wir uns das Haus hier an Nitratpulver Müssen wir draußen Mal die Gegend untersuchen Hallo Was steht denn da schon wieder davor Verbarrikadiert Das hat sich mir voll gelohnt Hier gibt es einmal gar nichts Eine Mütze So was haben wir hier Nichts Nichts Alles Bloß Shit Alles Shit Doch Boden gibt es auch noch Boden Muss ich merken So Hier ist das Safe Wahrscheinlich Da unten Zugesperrt Wie immer Gibt es nicht mal ein Save Oder Schematik Die kennen wir glaube ich schon Nicht wieder voll Munition Papier Das brauchen wir denn nicht Sind wir hungrig Weiß es nicht Eier brauchen wir nicht Schon mal klar Das können wir scrappen Forst Pillen Natürlich nichts Müll Eine Fieder Eine Fieder Fieder könnte man generell schon brauchen Ähm Scrappen wir das hier Die Kappe Hallo So Jetzt haben wir Hm Die Dose Die brauchen wir für Minen Pieker Das brauchen wir nicht Kaffeebohnen brauchen wir nicht So Dann gehe ich mal wieder zurück Abgeben Hier sind wir fertig Dachboden Können wir noch kurz rauf schauen Aber da wird es auch nichts Nichts interessantes geben Bügerregal Nichts Ist das Nichts Hier gibt es nichts Interessantes Sporttasche Ein Knüppel Hat jetzt nicht besonders stark Wasser Hunting Rifle Okay Ein paar Waffenteile Könnten wir eventuell brauchen So Wir sind am Ende einer Folge Macht's gut Schaltet wieder ein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao